Was geht ab, liebe Leute? Wir haben uns später wieder am Start hier mit einem neuen Video. Es ist soweit. Jungs, auf drei, das ist mir scheißegal, ja? Seid ihr bereit? Okay. Ich seh jetzt schon, dass niemand mitmacht. Wir drehen heute eine Runde Pantomime-Channels schon ewig nicht mehr auf meinem Kanal hier zu sehen. Gewesen da, warte mal. Ich wär's nice, wenn du einfach Nico auch grundsätzlich ihm gut sein, wenn du dich vorstellst. Er hätt' dich nicht und du ihn da raus. Er warte, wie er drauf ist, dann holen uns alle rein. Also die Sache ist man-Fact. Ah, fuck! Oh mein Gott, Alter! Alter! Jon! Alter! Ich hol jetzt meine Gäste rein, meine ersten Gäste! Toscha, Rob, Dima, Peter! Der kam doch irgendwie nicht so gut an. Doch, doch! Doch, doch! Das Ganze wird so ablaufen, drei Freuerteams. Peter und ich, Team Hupes. Wahrscheinlich Team Bro, oder? Ach, Nico! Ach, du ist auch am Start. Ja, das Feste kommt immer zum Schluss, Freunde. Und Team Sani, Nico und Sascha. Hupenfeld schicken! Hupenfeld! 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 Ich darf nicht reden, ne? Nein, gar nicht reden. Aber ich darf Form zeichnen mit den Fingern, wie ich will, ne? Ich habe keine Buchstaben. Du darfst Pantomime machen. Okay, okay, okay. Kühlschrank. Auto. Ich nehme raus aus dem Kühlschrank, einen Apfel, ein Stück Fleisch, KÄSE! Oh, Alter! Das habe ich doch gesagt. Oh, okay. KÄSE! Wer nimmt Käse zu aus dem Kühlschrank? Weißt du, was ist das? Ich! Mit Leimhauter! Es gibt nie zu viel Käse! Oh, er behaltet sich so heftig vor euch. Äh, Clown! Oh, Alter! Boom, Alter! Was ist da los, Alter? Also, nepp mich nicht scharren mit deiner Fingern! Drei, zwei, eins und bitte! Luft! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Okay, ist so einfach, aber das war jetzt auch erstmal die erste Runde. Ihr seid dann wieder dran und jetzt würde man sagen, wir nehmen auch ein bisschen schwierige Wörter, weil... Ja! Zahnschmerzen? Zahnseide? Zahn... Zahnarzt? Zahnarztbesuch? Zahnseide? Bohren? Karies? Ähm... Zahnfleisch? Zahnseide? Zahnschwert? Zahnfleischentzündung? Lust? Hunger? Schaffner! Fotograf? Starfotograf? Warte, du hebst was? Das ist... Unten hast du nen Ball! Du... Sch... Du schießt? Zocker? Zocker? Ballerspiel? Ego-Shooter? Pro-Gamer? Fortnite? Falsche? Boah, ich... Ey, falls es ein... Ander Begriff ist oder so, dann kann ich ihn nicht kennen. Boah, ich seh schon, das wird ne lange zu. Boah! Ah, so eine Spritze aus dem Mund? Reste essen? You serious? Ich kann das nicht erklären, es muss umgehen. Nein, 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 breit noch. Ey, du fahrne mal an, ey, breit! Wir haben keine... Wir haben keine 5 Minuten rumgebracht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja... Okay. Ja... Ja... Okay... Ja... Ja... Mhm... Du sollst sagen. Munzahn? Munzahnschaufel? Du hebst was aber. Tourist! Ein Tourist, der fotografiert was ab. Touristenfotograf... Fotograftourist! Touristenführer! Touristenführer! Ja... Spann ich jetzt mal auflaufen. Wing! Wir haben das nur noch 10 Minuten. Loot! Loot! Looten! Waffen sammeln! Nachladen! Waffen! Waffenloot! Basejump! Zähneputzen? Prophylaxe? Zahnprophylaxe? Nee! Zähne... Zähneputzen? Putzen! Putzen! Zahnbürste? Netzstellpunkten! Kreisbewegung? Ah, fuck! Ich bin raus! Du lootest jetzt! Ja, du lootest deine Waffen! Digga, ich spiel kein Fortnite! Wie heißt das Ganze? Das Ganze, willst du wissen, wie das heißt? Ist das zwei Wörter oder ist das ein Wort? Zwei Wörter! Also, habe ich das erste Wort schon gesagt? Korrekt! Löschen! Divide! Epischer Sieg! Du zockst! Du gewinnst! Gewinner! Progamer! Gamer! Zocker! Gamer! Was bist du gerade? Was bist du? Du bist eine Statue! Ja! Du bist eine Statue! Eine Touristenstatue! Und du fotografierst die Statue! Und du fotografierst die Statue! Okay! Was suchen wir? Wir suchen die Statue! Achso! Das ist eine spezielle Person! Woi, woi, der Wuck! What?! Das große Ganze! Ist im Prinzip... Eine Fotografie! Zähne wischen? Nein! Okay! Das ist Zahnseide! Zahnstocher? Ja! Diese Maschine, die der Zahnarzt noch hat! Damit er alles raushaut! Das Ganze! Die Welt! Das Ganze! Zahnarzt? Zahnmedizin? Zahnhaus? Hauszahnarzt? Bohren? Arbeiten? Ja! Wie soll ich das beschreiben? Wer schreibt das gut? Ja! Da geht nur was! Handelt es sich um eine Person vom Spiel? Ja! Matches! Spiele! Ja! Du! Ja! Person! Squad! Zehn! Zwanz! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 90! 100! Alter! Du meinst... Hier! Jetzt hat er es! Warte! Jetzt hat er es! Nein! Warte! Er hat's! Warte! Du meinst... Battle Royale! Ja! Royal, Alter! Heiner! Was ist das? Musst du mir legen jetzt, Bonne? Kann ich dir so noch besser zeigen. Ich probiere gerade die Statue. Statue, okay? Hat die Pose damit nichts zu tun. Statue. Statue, bleibt mir berührt. Präsentation von der Statue? Aber irgendwas mit Touristen. Touristenattraktion. Attraktion? Touristenattra... Touristen... Attraktion? Sensationsattraktion. Statuenattraktion. Attraktion. Attraktionsangebote. Attraktionsfotograf. Komm schon, Jungs, was habt ihr da gelesen? Ich weiß, was das erste ist. Zahnarzt. Arzt. Zahn. Mundzahn. Aurore. Zahn oder Mundzahn. Zahn. 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 Zauber machen. Putzen. Reinen. Zahnarzt. 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 So, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Jungs ab. Bei jedem von denen kam jetzt auch ein Video online. Bei Nico, bei Peter, bei Sascha. Bei dir wahrscheinlich auch? Ja, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder morgen, wenn es wieder ist.